So, meine Süße, bist du bereit für den Eröffnungstanz? Du willst mit mir den Ball eröffnen und alle können es sehen? Ganz genau, und danach werde ich dich offiziell den Gästen und meinen Eltern vorstellen. Und dann werde ich eine wichtige Neuigkeit verkünden, mein Schatz. Okay, Kopf hoch, Blum, du hast schon ganz andere Situationen gemeistert. Nicht weglaufen, Süße, ich bin gleich wieder zurück. Raus damit, wie war ich? Du warst wirklich zauberhaft, Blum. Noch besser, du warst geradezu atemberaubend. Skye? Äh, ja? Oh, hallo, Diaspora. Wir zwei haben uns ja ewig nicht gesehen. Ist das eine Art, eine alte Freundin zu begrüßen? Also ich, ähm... Wir waren doch einmal richtig gute Freunde und vielleicht sogar ein bisschen mehr, weißt du noch? Das ist doch eine uralte Geschichte, Diaspora. Ich hab wirklich keine Lust, nochmal darüber zu reden. Ja, stimmt, du hast recht. Dann lass uns wenigstens ein letztes Mal dir zu Ehren anstoßen. Bitteschön. Auf dein Wohl, Skye. Und ich trinke auf dein Wohl, Diaspora. Untertitelung des ZDF, 2020